Ja, wir freuen uns natürlich, dass wir hier den Preis gewonnen haben, die 1.500 Euro für die Umsetzung eines Schulworkshops im Bereich Elektronik. Kommt natürlich zur passenden Zeit. Wir sind gerade dabei, die Vorbereitungen für diesen Workshop zu treffen und haben jetzt einen Prototypen. Und wir werden das Geld dafür einsetzen, die Umsetzung fertigzustellen und dann die ersten Workshops damit zu finanzieren. Und generell war dieses Photonic Camp ein tolles Event, um einfach andere Leute hier aus der Maker-Szene zu treffen, sich auszutauschen, auch im Bereich Bildung. Und es hat sich auf alle Fälle gelohnt, auch von München hierher zu kommen.